Es wurde ein Schaf für Zohnten am Hafen gemeldet. Gibt es Sichtkontakt? Bitte bestätigen. 29 Opfer. Jeder Schuss ein Treffer. Keine Patronen, keine Hülsen, kein einziges Haar, kein Fingerabdruck. Ich glaube, es geht dem Täter nicht darum, etwas zu zerstören. Ich glaube, er hat eine Mission. Sie sind die Einzige, die versteht, wie er tickt. Denken Sie intuitiv. Der Kerl ist auf einem Zerstörungsfeldzug. Ich erwarte, dass Sie ihm folgen. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nur bei der Armee. Er könnte Soldat sein. Keinerlei Muster. Wieso? Wir treten auf der Stelle. Wer ist dieser Killer? Es ist jemand, der am Rand der Gesellschaft lebt. Sie kennen den Hass, der den Täter antreibt. Nutzen Sie das. Ich brauche Ergebnisse. Jetzt. Werfe. 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 Vielen Dank.